Hallo und ganz herzlich willkommen bei CyborgSoft. Heute geht es mal darum, wie wir uns einen Windows-Installations-Stick erstellen. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen einen USB-Stick, ungefähr 8 GB groß und wir brauchen ein Windows 10 ISO-Image. Das laden wir uns hier herunter. Den Link natürlich in der Videobeschreibung. Wir laden uns hier erstmal dieses Tool herunter. Speichern. Wir können also über das Tool entweder direkt auf einen USB-Stick kopieren oder uns ein Image herunterladen, was wir dann später entweder auf einen USB-Stick kopieren oder auf eine DVD brennen. Deswegen zeige ich jetzt hier erstmal, wie wir uns das ISO-Image herunterladen. Ich habe zu diesem Thema schon einige Videos gemacht, aber wir machen das jetzt hier einfach nochmal in aller Ruhe. Die Benutzerkontostörungsmeldung hier von dem Programm bestätigen wir mit Ja. Jetzt hier den Lizenzvertrag natürlich akzeptieren. Jetzt wählen wir hier aus, dass wir uns ein Installationsmedium erstellen wollen. Klicken hier auf Weiter. Haben jetzt hier die Möglichkeit, die Windows Edition auszuwählen. Dazu müssen wir hier unten den Haken rausnehmen. Dann hier die Sprache, Windows 10 und jetzt hier entweder 64, 32 oder beide Bit-Versionen. Ich entscheide mich jetzt hier für die 64-Bit-Version. Dann hier unten auf Weiter. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, entweder direkt jetzt einen USB-Stick anzustecken und das direkt auf einen USB-Stick zu kopieren. Dann behaltet ihr am besten diese Einstellung hier. Wenn ihr allerdings das ISO-Image später auf eine DVD brennen wollt und oder auf einen USB-Stick, dann wählt ihr hier die zweite Einstellung aus. Ich nehme jetzt hier die zweite Einstellung, dann auf Weiter. Jetzt bekommen wir hier einen Speicherdialog angezeigt, wohin das ISO-Image gespeichert werden soll. Wenn ihr vorher USB ausgewählt habt, dann beginnt das Ganze hier schon und ihr braucht nur abzuwarten. In meinem Beispiel hier wähle ich noch den Speicherort aus. Das soll hier auf den Desktop abgelegt werden. Dann, wenn es fertig ist, gehen wir hier auf Speichern und jetzt beginnt hier schon der Download und dann später die Erstellung von der ISO-Image-Datei. Wenn das Ganze hier fertig ist, müsst ihr nur auf Fertigstellen klicken und das war es dann im Grunde genommen schon. Deswegen möchte ich mich jetzt hier verabschieden und bedanke mich wie immer fürs Zuschauen bei euch. Vielen Dank, auf Wiedersehen, Tschüss. Hey, vielen Dank, dass du dir das Video hier bis zum Ende angeschaut hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video doch bitte einen Like oder unseren Kanal ein Abo. Beachte doch noch bitte unsere rechtlichen Hinweise, dass alles, was in diesen Videos hier passiert, auf eigene Gefahr geschieht. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag gibt es hier auf unserem Kanal ein neues Video rund um die Welt der IT. Jeden Dienstag und Jeden Dienstag und Jeden Dienstag und Jeden Dienstag.